Lass uns Platz nehmen. Sag, ich bin zum Segen berufen. Heute sprechen wir mit euch über das Prinzip des Guten. Gutes zu tun. Matthäus, Kapitel 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Alle, die gläubigen, oder schon lange gläubigen sind, die wissen, die wissen, dass wir berufen sind, Gutes zu tun. Wer versteht das? Wir sind berufen, Gutes zu tun. Und deshalb haben wir Christus aufgenommen. Wir sind auf seine Position. Und unser Herr ist ein guter Herr. Und er tut gut, das ist so. Seid mit mir. Gott tut gut. Gott ist ein guter Gott. Ein liebender Gott. Und das müssen wir verstehen. Und der Welt werden wir immer dem begegnen, wo die Menschen sagen, nein, nein, Gott ist nicht gut. Wenn Gott wäre. Und wenn wir guter Gott machen, wenn wir zum guten streben, dann werden wir häufig enttäuscht. Und ich werde heute nicht sagen, lass uns guter Gott machen. Und ich möchte sagen, dass wir uns guter tun. Und ich möchte sagen, dass es in diesem Fall gibt определенные камни, auf die wir nachdenken. Ja, es gibt bei all dem gewisse Steine, auf die wir stoßen. Und das erste, womit wir anfangen, ist, wenn wir guter tun und keine Antwort erhalten. Und wenn wir, ähm, oder wenn Menschen uns ausnutzen. Und wir sehen, wir wurden ausgenutzt. Und wisst ihr, welches Resultat dann kommt? Второй раз. Das zweite Mal. Wir sagen, ach, nee. Нам nicht хочется делать. Noch einmal mache ich das nicht. Wir wollen das nicht mehr tun. Wer versteht mich? Wenn du es einmal getan hast, aber man hat sich nicht angenommen, oder hat nicht mal Danke gesagt. Второй раз. Ein zweites Mal. Man will es nicht tun. Man will es nicht. Und wenn man uns auf das Gutes tun kein Feedback gibt, und hier ist eine определенная Silla von Christen. Da ist nämlich, oder genau da ist die Kraft des Christen. Und hier wird unsere Kraft wie sichtbar. Inwiefern oder wie tief wir in Gott verwurzelt sind. In Galatia 6, Vers 9 steht geschrieben, Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Vers 9, Vers 13. Und in Thessalonicher 3, Vers 13. Und in Thessalonicher 3, Vers 13. Wir, Bratia, nicht ünüvete, делая добro. Erster Thessalonicher oder zweiten? Zweiter Thessalonicher 3, Vers 13. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, gutes zu tun. Ihr seht, was Apostel Paulus hier sagt. Er versteht, wir werden müde, gutes zu tun. Und viele Menschen sind schon müde geworden. Ich sage, viele Menschen sind müde geworden. Deutschland ist ein interessantes, gutes Land. Und in seiner Zeit kamen aus Deutschland die meisten Missionäre weltweit. Nicht Amerika, sondern Deutschland. Aus Deutschland kamen die größte Anzahl von Missionären. Zu einer gewissen Zeit. Nicht jetzt. Es gab mal so eine Zeit. Deutschland ist die Geburtstätte der Reformation. Das ist das erste Land auf der ganzen Welt, das seine Hand erhoben hat und gesagt hat, das ist nicht richtig, die Bibel nicht zu lesen. Es ist nicht richtig, sich an Regeln zu halten, die gar nicht in der Bibel da sind. Und viele Menschen lieben Europa, die nicht in Europa leben. Sie wollen ein Teil von Europa werden. Sie wollen ein Teil der Demokratie werden. Почему? Потому что здесь есть какие-то правила. Warum? Weil es hier gewisse Regeln gibt. Еще есть. Noch gibt. Потому что здесь жить хорошо. Weil es gut ist hier zu leben. Потому что здесь хватает еды. Weil hier genügend Essen ist. Und es gibt eine soziale Hilfe. Und es gibt gute Autos. Und es gibt gute Autos. Noch ein wenig gute Straßen sind übrig. Aber nicht so, wie es vor 30 Jahren war. Aber nicht so, wie es vor 30 Jahren war. Versteht, hier ist es gut. Kommen hier nicht gut? Wem geht es hier nicht gut? Dann fahrt an einen anderen Ort. Das ist kein Problem. Aber wir denken, und viele Menschen denken so, viele Nationen denken so, dass es hier gut ist, weil es hier gut ist. Oder weil die Deutschen so gut sind. Oder die Engländer sind so gut. Oder die Franzosen sind so gut. Aber ich will euch sagen, das ist eine lüge. Deutschland hat die Tür, oder Gott die Tür geöffnet. Dank Martin Luther. Und die Menschen fing an die Bibel zu lesen. Und da hat man die Bibel in die englische Sprache übersetzt. Martin Luther hat sie hier auf Deutsch übersetzt. Und die Menschen fing an die Bibel zu lesen. Und die Menschen fingen an die Bibel zu lesen. Und auf einmal fingen sie an zu verstehen. Korruption ist schlecht. Wärme ist schlecht. Diebstahl ist schlecht. Arbeit ist gut. Arbeit ist gut. Das ist das, was den Westen gebaut hat. Das ist der Grund, warum es hier besser ist zu leben. Aber wenn die Menschen Gott nicht ehren werden, das, wohin Europa strebt, werden wir dort erscheinen, wo große Imperien gelandet sind, die so groß über sich dachten. Wer weiß, was Karfagin ist? Wer weiß, was Karfagin ist? Wer ist vielleicht ein bisschen in der Geschichte aufgepasst? Wer fährt dorthin, um zu leben? Wer will dort heute leben? Wer will dort heute leben? Will da jemand leben? Nein. Weil da kein Leben ist. Aber es ist nicht gut dort. Aber es war ein großes Imperium. Und so weiter. Wir wollen jetzt nicht durch die Geschichte gehen. Warum spreche ich jetzt darüber? Какое-то отношение имеет к Добру. Welche Beziehung hat das zum Guten? Wenn in dem Menschen das Denken verändert wird, und das Denken verändert sich durch das Wort Gottes, und es geht über in die Kultur, dann werden sogar ungläubige Menschen gewöhnen sich sogar daran, Gutes zu tun. einander Gutes zu tun. Sosiedem делает das Wort. Den Nachbarn Gutes zu tun. Ich erinnere mich, als wir mal in Slavanski waren. In Slavanski waren wir. Und er fuhr zum Haus dann vor. Und ich kam raus. Und ich hatte den Eindruck, dass ich im 16. Jahrhundert gelandet bin, wo sich Wilde niedergelassen haben und noch nicht geschafft haben, sich einzuleben. Und ich sage, hör mal, Bruder, wie lebst du hier? Kein einziger Baum draußen. Ich sage, wo sind die Bäume? Er sagt, ich habe Bäume gepflanzt. Dwei oder drei Mal habe ich Bäume vor meinem Haus gepflanzt. Utrom wstöre, und ich habe Bäume gepflanzt. Morgens stehe ich auf, der Baum ist weg. Und ich frage ihn, wo sind die Bäume denn hin? Er sagt, die Leute stehlen die Bäume. Ich kaufe, pflanze sie. Dann stehen sie ein, zwei Tage. Und dann zack, ist der Baum weg. Was ist das für ein Volk? Was für eine Kultur haben die Menschen in sich? Er sagt, ja, so leben wir halt hier. Wenn du etwas Gutes bekommst, dann kommen die anderen hingehen und werden das kaputt machen. Damit du das nicht hast. Oder stehlen es. Damit sie es haben. Versteht ihr? Und das ist nicht die Kultur einer Nation. Nein, das ist eine Kultur, die geboren ist im Prozess der Gottlosigkeit. Und das, wo wir heute leben, ist eine Kultur, die geboren ist im Prozess der Anbetung von Gott. Und das, was wir sehr gut verstehen müssen, von unserer Natur aus, Herr, werden wir nicht gut sein. Wir werden nichts Gutes tun, weil wir so gute Menschen sind. Wir werden Gutes tun, nur, weil Gott unser Herz verändert hat. Und wenn Gott uns bewegt, Gutes zu tun, Gott wird Wunder tun in unserem Herzen. Er verändert uns. Und dann werden wir zu Menschen, die es lieben, Gutes zu tun. Und dann ist es vollendet das, was написано Apostel Paul. Dann wird erfüllt, was durch Apostel Paul geschrieben steht. Er sagt, wenn ihr Gutes tut, werdet nicht müde darin. Ne unnötet. Werdet nicht müde darin. Mach weiter. Und dann sagt er, denn zu seiner Zeit, zu seiner Zeit, also zu richtigen Zeit werden wir ernten. Und dann steht weiter, wenn wir nicht ermaten, oder wenn wir nicht müde werden. Viele Menschen haben nicht das erlangt, woran sie glauben. Sie haben es einfach oder nicht Geduld gehabt, durchzuhalten. Noch ein wenig hätte man durchhalten. Wenn Kolumbus versucht hat, Amerika hat, also eigentlich wollte er Indien finden. Und er fuhr mit dem Ziel, um das Evangelium in Indien zu predigen. Und ein ganz wenig blieb ihm noch. Und in Wirklichkeit kam er Amerika näher. Aber das ganze Team war so ausgelaugt, dass sie ihn mehrmals umbringen wollten. Und sie das Schiff wenden wollten, um zurück zu segeln. Weil es kein Ende gab. Und er betete. Er betete und bat Gott, hilft uns ans Ziel zu kommen. Er hat uns gesagt, er hat uns zu kommen. Er hat uns ganze Team überredet, ugeshalte всякий огонь, da, was er und bunt. Die ganze Rebellion hat er gelöscht, bis sie endlich das Land gesehen haben. Und sie kamen in Amerika an, und dachten, oh, das ist Indien. Ich glaube, dass deshalb die eingeborenen Native Americans Indianer genannt werden. Aber wenn er nicht ausgehalten hätte, um das durchzuziehen, dann wäre alles anders. Dann bräuchte man einen neuen Kolumbus, um Amerika zu entdecken. Ganz häufig halten wir nicht aus. Und wir lassen alles fallen. Wir kommen in Enttäuschung oder handeln komplett entgegengesetzt der Dinge, die wir eigentlich getan haben. Wir haben mit dem Guten begonnen und enden mit dem Bösen. Ach, so! Da ihr so mit mir gehandelt habt, ihr habt mir nichts geantwortet, ihr habt mir so das und das nicht gesagt, und ihr habt euch so zu mir verhalten. Also, das war's. Und jetzt hört genau zu. Und hier passiert etwas in unserem Herzen. Und anstelle von von Gutem kommt Böses. Wmeste любви Nenависть. Anstelle von Liebe kommt Hass. Wmeste уважения Nepriязнь. Anstelle von Ehrerbietung kommt Missgunst. Wer versteht mich? Wer versteht mich? Versteht mich jemand? Ja. Ja. Ach, ich hab ihm so viel Gutes getan. Abidno. Das ist dann enttäuschend. Aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. Sondern wir müssen bis zum Ende durchhalten. Denn in all dem braucht man Zeit. Wir sind es gewohnt, sofort Antworten zu erhalten. Aber manchmal braucht man viel Zeit. Und es kommt der Moment, wenn Gott in diesem Leben wurde herrschend in diesem Leben. Nicht nur dort im Himmel. Aber in diesem Leben uns belohnen wird. Ich weiß nicht, wie oft ihr das tut. Wie oft erinnert ihr euch an Menschen, die euch Gutes getan haben? Вот царь, der in dem Buch Esther war. Ein ungläubiger. Ein gottloser. Ein heide. Er konnte nicht schlafen. Was tat er? Er hat gesagt, bringt mir das Buch mit den guten Taten. Sogar Heiden haben es verstanden, dass gute Taten muss man aufschreiben. Umso mehr müssen wir die guten Taten aufschreiben. Помnen wir uns daran erinnern. Wie viele Jahre lang waren wir nicht in Russland, circa 15 Jahre. Und dann kamen wir in die Stadt, wo wir waren. Und dann kamen wir mit der Städte, die mit uns war. Und wir sind einer Nachbarin begegnet, die nicht weit von uns wohnte. fing an mit ihr zu reden. Und sie sagte, als ihr weggefahren seid, habe ich meine goldene Uhr ausgezogen und hat sie meiner Frau gegeben. Und ich fing an, mich zu erinnern. Was für eine Uhr! Was für eine Uhr! Meine Frau hat sie, glaube ich, zweimal angezogen. Und dann kamen wir nach Deutschland. Hier war alles irgendwie so. Wir haben diese Uhr komplett vergessen. Aber für sie war das ein großes Zeichen ihrer Güte. sie hat etwas Wertvolles abgegeben. Und wir haben es vergessen. Das Buch der guten Taten in unserem Herzen. Heute Abend setzt euch hin, erinnert euch. Vielleicht müssen wir so ein Buch einführen. Ganz gut führen wir Buch, wenn wir etwas Gutes getan haben. Aber wir müssen ein Buch einführen, wer uns etwas Gutes getan hat. Ich erinnere mich an viele Menschen. Ich weiß manchmal gar nicht, wie einige Menschen heißen, wo sie leben. Aber sie haben uns Gutes getan. In der Armee hatte ich einen Freund. Ich erinnere mich, der heißt Nikolai Zub. Ich weiß gar nicht, wo er lebte. Aber so ein einfacher, normaler Junge. Er war nicht super klug. Er war nicht besonders begabt. Aber er hat mir ganz häufig in der Armee geholfen. Und als man mich schlagen wollte, er war kein Riese. Aber er stellte sich immer vor mich. und er wurde geschlagen für mich. Und deshalb habe ich gesagt, Nikolai, was machst du? Warum mischst du dich da ein? Er sagt, ich kann doch nicht zusehen, wie du geschlagen wirst. Und wir trennten uns. Und ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich habe nie wieder was von ihm gehört. Aber das war ein wunderbarer Mensch in meinem Leben. Der immer gelächelt hat. Mit ihm war es einfach gut. Und ich würde ihm so gerne heute danken, aber ich weiß nicht, wo er ist. Als ich im Technikum studiert habe, der erste Kurs war für mich der allerschwierigste. Nach der Schule geht man auf ein neues Level. Und ich habe diese Hauptprüfung da geschrieben. Mathematik. Mathematik. Und deshalb ist mein Sohn Mathematiker jetzt. Ich verstand nichts. Ich habe gelernt. Ich habe mich bemüht. Aber zack, und ich verstand nichts. Aber wenn ich diese Prüfung nicht bestanden hätte, dann hätte man mich rausgeschmissen. Und ich habe ein Jahr hätte dann ein Jahr umsonst gelernt. Und das ganze Leben wäre Kopf über. Und die Lehrerin, die die Prüfung abgenommen hat, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, und sie kam, посмотрела, schaute so von oben, взdachnula, hat so tief durchgeatmet, hat so ein Schmierblatt genommen und hat mir die Antworten drauf geschrieben und hat es hingelegt. Und ich habe das alles und habe es abgeschrieben. Und ich verstehe, ihr habt nichts verstanden. Und nach einer halben Stunde hat sie mein Heft kontrolliert und hat mir eine Drei gegeben. Sie hat mich gerettet. Und ich bin ihr sehr dankbar. Aber sie hat nichts bekommen. Sie weiß bis heute nicht, dass ich ihr dankbar bin. Вы понимаете, es gibt viele Dinge, die du getan hast und du denkst, es gibt keine Dankbarkeit. Aber in Wirklichkeit ist sie da. Поэтому нужно ждать до конца. Deshalb muss man bis zum Ende aushalten. Und dort im Himmel werden wir endgültig sehen. Und nicht nur Gott wird euch belohnen, sondern die Menschen werden für Gott sagen, er hat mir geholfen. Er hat mir Gutes getan. Они будут стоять перед Богом. Sie werden vor Gott stehen. Ja, 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 wegen ihm. Er hat mich damals besucht, als ich Asthma hatte. Und ich war stark krank. Und meine bapistischen Brüder versammelt. Und die haben gesagt, ja, was sollen wir tun? Wir müssen unseren Brüder irgendwie retten. Как-то ему надо помочь. Irgendwie muss man ihm helfen. Und ich konnte nicht gehen, nicht atmen, nichts tun. Und sie haben sich versammelt. Und sie haben alle notwendigen Instrumente genommen. Und sie haben alle notwendigen Instrumente genommen. Gewehr. Und sie gingen in den Wald. Und ich weiß nicht, wie lange sie durch den Schnee marschiert sind oder gewandert sind. Und irgendwo haben sie einen Dachs, ja. Da haben sie einen Dachs gefunden im Wald. Und sie haben ihn getötet. Und sie haben dieses Fett aus ihm da extrahiert. Und sie kamen zu mir und haben mir dieses Fett gebracht. Und sie haben, wie viel Mühe sie investiert haben. Rade mir. Für mich. Und sie gehen durch den Schnee und frohren. Sie haben dieses Tier, die Fett gelesen. Und sie brachten mir und das so, das wird die Genesung bringen. Und das war das Schlimmste in meinem Leben. Und ich habe diese Dose ausgetrunken. Und sie hat mir geholfen. Aber wisst ihr, noch mehr hat mir diese Liebe der Brüder geholfen. Als ich diese Opferbereitschaft sah. Und es ist bei vielen guten Taten. Wenn Menschen schwach werden. Wenn sie dann in der Regel, wenn sie anfangen zu rebellieren. In Prediger Kapitel 7, Vers 8 Der Ausgang einer Sache ist besser, als sie anfangen. Besser ein langmütiger, als ein hochmütiger. Ja, also es gibt im Russischen so einen Spruch, der auch das nochmal bestätigt hat. Der Ausgang, das Ende einer Sache ist wichtiger, als der Anfang. Und ich weiß, dass viele Menschen die Stelle in der Bibel suchen. Aber das ist nur im Russischen ein Sprichwort. In der Bibel steht, der Ausgang einer Sache ist besser, als ihr Anfang. In Hebräer Kapitel 13, Vers 7 Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihrem Glauben nach. Es gibt viele herrliche Menschen. Aber wir müssen immer darauf schauen, womit es endet. Ich sehe immer, dass es viele Psychologen, es gibt viele Psychologen und allerhand kluge Menschen. Schaut, womit er endet. Schaut, was war am Ende seines Lebens. Es gibt ja diesen berühmten Psychopathen oder Psychologen, den alle in den Universitäten studieren. Aber wisst ihr, wie er sein Leben beendet hat? Als Drogenabhängiger. Er hat immer Drogen genommen. Und ist von Drogen genommen. Er hat mit einer geschwollenen Zunge gestorben. Aber er hat sehr hochmütig über Gott geredet. Deshalb, wenn wir auf das Ende schauen, in meinem Leben gab es viele Pastoren und Diener, die gut angefangen haben, und auf die ich gehört habe. Aber nicht alle haben gut beendet. Aber es ist die Entscheidung eines jeden Menschen. Und deshalb sage ich immer, wenn ein neuer Prediger auftaucht, und es gibt Menschen, die hören auf Waller und Blogger. Ja, und ich sage immer, da muss man nur mit einem halben Ohr zuhören. Du weißt gar nicht, wer das ist. Du weißt gar nicht, wie er beendet. Und jetzt faselt er. Und danach schauen wir mal, was da überhaupt daraus entsteht. Versteht ihr? Es gibt Menschen, die denken, die sind so klug. Als ich mich bekett habe, die erste Lehre meines Lebens, war, nämlich, wir hatten in der Gemeinde so einen älteren Opa. Er saß sogar im Gefängnis für das Wort Gottes. Und er war schon sehr, sehr alt. Und wir kamen zu ihm als Jugendliche. Und wir haben gelernt. Und er hat uns immer gelehrt aus der Bibel. Und wir haben ihn sehr geehrt und geachtet. Und man sagte, er wird bald sterben. Und wir kamen zu ihm. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. Ich war wahrscheinlich 23 Jahre alt. Und es war sehr interessant für mich, was wird er jetzt sagen? Ein Mensch, der jetzt in den Himmel geht, er war ein Vertrag. Er war glaubwürdig. Er war glaubwürdig. Er war in der Kirche. Er war in der Kirche. Er war in der Kirche. Und er sagt, er hat Matthäus kapitel 7 gelesen. nicht jeder, der Herr, Herr, sagt, wird in das Reich Gottes einkehren. Und ich habe es sehr gut behalten. Und auf einmal sagt er, mir hat der Herr offenbart, dass ich nicht sterben werde, bis Christus kommen wird. Und ich schaue ihn an, er liegt im Bett, er hat keine Kraft mehr aufzustehen. Und der Herr hat ihm offenbart, dass er nicht sterben wird. Aber er ist in dieser Nacht gestorben. Und Christus kam nicht. Bis zum Schluss müssen wir treu durchhalten. Und ich habe mich gefragt, was ist mit ihm geschehen? Ein anderer Mensch, der mein Mentor war, in seinem Leben, er hat gesagt, wenn ich sterbe, aber er hat zumindest zugegeben, dass er sterben wird. Er hat gesagt, stell dir eine Kamera auf, beerdigt mich nicht. Stell dir eine Kamera auf und wartet drei Tage. Und ihr werdet sehen, wie ich auferstehen werde. Und sie haben wirklich die Kamera dahin gestellt. Und es sind drei Tage vergangen. Und niemand ist auferstanden. Bloß es stank sehr in der Wohnung. Das Ende ist besser als der Anfang. Deshalb muss man bis zum Ende aushalten. То, wie wir begonnen haben, so müssen wir uns auch weiter bewegen. In demut und in der Liebe Gottes. Und gute Taten tun wir nicht, nicht um von den Menschen etwas zu erhalten, sondern um von Gott zu erhalten. Und der nächste Punkt, wenn man schlecht über uns spricht, 1. Petrus 2, Vers 15, Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständlichen Menschen zum Schweigen bringt. Und смотрите, особенно für die Jugend, ich will sagen, seht, besonders für die Jugend, will ich das sagen. Euer ganzes Leben ist noch vor euch. Die älteren Menschen, die lernen schwer um. Ja, alle die älteren sind als 30. Ja, ihr bittet man schon dann um die rente, ja. Ja, wenn man schlecht über euch spricht, oder ihr habt Menschen, die euch nicht lieben, ihr wisst, welche Entscheidung man haben muss, du gutes. Als meine Kinder kamen und sich über irgendjemanden beschwerten, habe ich ihnen versucht, immer das Gleiche zu sagen. Denk daran, was kannst du ihm Gutes tun. wie? 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 Er beschimpft mich. Er beschimpft mich. Er hat mir eine Tasche weggelungen. Er hat mir die Tasche weggelungen. Er hat mir das und das zerstört. Er hat mir das und das zerstört. Ich bin mein Feind. Ich war das, ich bin mein Feind. Das ist mein Feind. Ich habe mich überlegt, was kannst du ihm Gutes tun. Schokolade prünest du in Schule. Und er wird denken, du kaufst ihn. Er wird denken, dass ich schwach bin. Und jetzt will ich ihn bestechen. Mach Gutes. Setz dich für ihn ein. Hilf ihm, wenn er in der Not ist. Und er wird aufhören, deinen Feind zu sein. Und das funktioniert fast immer. Aber nicht immer. Nекоторые Menschen bleiben so, wie sie sind. Aber wir werden den Lohn im Himmel erhalten. Wir können nichts Gutes tun, wenn wir in dieser Welt sind. Und ich möchte, dass wir das Wichtigste im Leben sind. Gutes tun jetzt verstehen. Ich habe es eigentlich schon gesagt, ich wiederhole es nochmal. Und wenn wir im Gutes tun, muss man mit Gott leben. Man muss herausfinden aus dem Level dieser Welt. Wenn wir im Level dieser Welt leben, wir können nicht Gutes tun. Es wird nicht gelingen. Denn auf diesem Level ist es sehr, sehr schwierig, auf Böses mit Gutem zu antworten. Denn wir haben eine Seele. Es schmerzt. Aber das Wort Gottes sagt, gib deinem Feind zu essen, wenn er hungert. Wenn er ein Problem hat, dann hilf ihm, dieses Problem zu lösen. deinem Feind zu sein. Wenn wir hier sind. Seid ihr da? Da ist die Lösung. Aber wenn wir auf dem Level dieser Welt sind, wir werden das niemals tun können. Niemals. Denn der Schmerz, der in uns ist, er lässt uns nicht zu, dass wir Gutes tun. Wir können es dann nicht tun. Die Beleidigungen, die in uns drin sind, sie werden uns nicht helfen. Egoismus, der in uns ist. Und jetzt will ich den Eltern sagen, das Gute besteht aus zwei Dingen. Wie ich schon sagte. Первое, das ist die Erkenntnis Gottes. Второе, das ist die Kultur. Das ist die Gewohnheit, Gutes zu tun. Und eure Aufgabe, ist euren Kindern dies beizubringen, Gutes zu tun, auf das Böse mit Gutem zu antworten. Von euch hängt es ab, wie eure Kinder sein werden. Viele Eltern, viele Eltern, gläubige Eltern, haben Kinder und diese Kinder wachsen auf, wie Pusteblumen im Wald. Niemand kümmert sich um sie. Ja, wir ziehen sie an, wir kleiden sie. Wir unbedingt kaufen ihnen ein Handy. Ich habe in dem Pastorchen-Chat mal so eine Frage gestellt, wie verhalten sich ukrainische Kinder bei euch? Und die Eltern beschäftigen sich nicht mit ihren Kindern. Uchtjährige haben schon ein Telefon und den ganzen Tag tippen sie irgendwas im Handy. Es geht nicht mal um die Ukraine, sondern in uns Gläubigen. Denn davon haben wir auch genug. Bloß wir kämpfen damit schon viele Jahre. Und in einigen Gemeinden hat man nie dem den Kampf angesagt. Deshalb haben die Kinder im Kopf nur eins. Spaß, Spaß, Spaß. Gулять, бегать, nosиться, Telefon. Spaß, rumlaufen, Telefon. Und wenn du mit den Kindern sprichst, hören sie dir nicht mal zu. Du guckst ihnen in die Augen. Und sie sehen dich nicht. Weil du für sie nicht existierst. Eltern, seid ihr noch da? Man muss sich mit den Kindern beschäftigen. Wie meine Söhne sagen. Ich habe gefragt, wie war euer Urlaub? Sie sagen, schlimm. Warum? Warum? Ну, отпуск, für die Kinder zu beschäftigen. Urlaub bedeutet, sich mit den Kindern zu beschäftigen. Aber man will manchmal nicht. Nicht hofft sie. Man will nicht. Man möchte sich mit sich selbst beschäftigen. in der Sonne liegen liegen. Man will nicht lesen. Was ist das? Егоrka. Знаете Егоrka? Kennt ihr den Ego? Das ist ein alter russischer Held. Egoismus. Egoismus, ja? Das ist der Egoismus. Und wisst ihr, wir haben eine große Aufgabe, Freunde. Und ich sage euch ehrlich, wenn wir glücklich sein wollen, müssen wir diese zwei Prinzipien des Gutem festhalten, eine Beziehung mit Gott haben und die Kultur des des Gutes tun entwickeln. In unserer Familie. In unserer Gemeinde. In unserer Gemeinde. In unserer Mitte. Там, wo ihr arbeitet. Там, wo wir leben. Diese Kultur des Gutes tun. Wenn dir ein Nachbarn nicht gefällt, er ist irgendwie so unangenehm. Setzt dich hin und überlegst, was kann ich ihm Gutes tun? Ich bin nicht der große, gut, guttäter. Ich kann mich wirklich nicht damit rühmen. Ich ging mal so an meinen Nachbarn vorbei. Ich glaube, ich sehe, bis sie alle schlafen gegangen sind. Ich habe die Rosen beschnitten. Ich habe gemacht, dass sie dann gut wachsen zum nächsten Jahr. Diese unnützen Zweige dann abgeschnitten. Aber sie haben trotzdem bemerkt, dass ich es war. Und die haben gefragt, warum haben sie das gemacht? Sie haben ja nicht genügend Zeit. Sie sagen, ja, wir sind sehr beschäftigt. Und er sagt, ja, deshalb habe ich das für sie gemacht. Ich habe viel Zeit. Ja, wisst ihr so, ein wenig. Und dieses wenige wird Frucht bringen. Da ein wenig. Hier ein wenig. Deshalb steht in der Bibel geschrieben, ja, sei schneller als der andere in der Ehrerbietung. Jemand möchte sich hinsetzen, und du möchtest dich hinsetzen. Wer wird sich schneller hinsetzen? Seid ihr da? Das hängt von uns ab. Von unserer Beziehung mit Gott. Очень многие люди хотят быть сильно духовными. Viele Menschen wollen sehr geistlich sein. Prophezeiern da irgendwas. Что das ist, какие-то откровения у них. In irgendwelchen großen offenbarungen. Aber in einfachen Dingen. Du bekommst nicht mal ein gutes Wort. Du bekommst nicht mal ein wenig Hilfe. Und das ist einfach. Das ist ein einfaches Evangelium, das in unserem Leben sein wird. Wir sind das Evangelium. Apostel Paul sagt, ihr seid der Brief Christi. für eure Nachbarn, für eure Bekannten, für alle, die um euch sind. Ich weiß, dass man über unsere Gemeinde viel Schlechtes sagt. Aber das ist kein Problem. Wir müssen an den Orten Gutes tun. Und sie werden aufhören. Denn sie können es dann nicht mehr. Und das ist unser Sieg. Amen. Давайте wstern. Lass uns aufstehen. Lass uns unsere Augen schließen. Lass uns unsere Augen schließen. Lass uns sagen, Jesus, без тебя ich kann nichts Gutes tun. Wenn du mich nicht auf dieses Level hebst, kann ich es nicht tun. Lass es in mein Herz, in mein Bewusstsein, in mein Bewusstsein, lass es in mich, dieses Verlangen, делать добрые дела, gute Taten zu tun, dass dein Name geprägt wird durch mich, in dem Namen Jesu Christi. Amen. Und er segne uns, und ich wünsche euch einen guten Tag. Und die Gnade Gottes sei mit euch. 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 Vielen Dank.